Ich mache seit 35 Jahren so hauptberuflich Patenteentwicklung. Das heißt, ich lasse mir irgendwas einfallen und dann mache ich einen Prototyp, bis das funktioniert. Dann wird es schwierig, weil ich selber nichts herstelle und selber nichts vertreibe. Also da brauche ich dann eine Firma, die herstellt oder eine Vertriebsfirma. Und da gehen schon die Probleme los. Die Herstellerfirma sagt mir, ja, wie viel Stück wollen Sie haben und wann zahlen Sie. Dann muss ich sagen, ich bin ja nicht der Hersteller. Die Vertriebsfirma, wenn ich zur Vertriebsfirma gehe, die sagen, ja, wann können Sie liefern, Staffelpreise und so. Dann muss ich sagen, ich bin ja nicht der Hersteller, also muss ich da zwei zusammenbringen. Das ist eigentlich das Problem beim Erfinder. Und ich mache so jedes Jahr so zehn neue Sachen vielleicht, einfache. Und eins, zwei kann ich davon verkaufen und den Rest muss ich dann mitfinanzieren. Patent von mir, das ist nachhaltig. Das hält bestimmt tausend Jahre. Das ist alles massiv Eisen. Das spannt man in den Schraubstock ein. Und damit kann man Sachen biegen. Das ist immer noch am Markt, läuft ganz gut, aber der Verkauf geht natürlich auf null zurück, weil jeder, der sowas braucht, der hat sowas schon. Und die Firma, die das vertreibt, muss sich halt jetzt ein neues Produkt suchen. Da habe ich Glück gehabt, das war eine kleine Firma, die hat das herstellen lassen und so weiter. Und da hat das dann schon funktioniert. In der Zwischenzeit wird es auch nachgeahmt, eins zu eins. Und kann mich nicht wehren, weil das Patent ist abgelaufen, das Patent läuft ja bloß 20 Jahre. Und da muss ich jedes Jahr Patentgebühren auch noch zahlen. Wenn ich ein Jahr nicht zahle, habe ich das Patent verloren. Und nach 20 Jahren macht es jeder sowieso kostenlos nach. Da mache ich dann kostenlose Entwicklungshilfe für die ganze Welt mehr oder weniger. Ein Patent, ein Teil des Patent von mir, ist ein ganz normaler Handbesen mit einer Gummilippe, die geht auch nicht kaputt. Und das ist auch hygienisch. Sie können da, wenn die Katzen so einen Katzenschleim ausspucken, können das alles aufwischen und dann unter der Wasserleitung wieder sauber machen. Also es hält ewig. So, das habe ich angeboten. Und allen anderen Firmen als erteiltes Patent, die wollten es nicht haben. Und ein Jahr später ist ein Besen auf den Markt gekommen, der sieht so aus, wie Leder. Immer noch am Markt, macht das gleiche wie der, aber mit Schaumgummi jetzt. Ist nicht abgedeckt von meinem Patent und der Schaumgummi hält nicht lang. Also wenn Sie da so Feuchtigkeiten aufwischen und so, feuchtes Zeug, der Gummi, der geht kaputt, der fängt das Stinken an. Sie können auch nicht richtig sauber machen. Aber das läuft und den Schaumgummi bieten die auch separat an. Muss man halt dazu kaufen. Und dann sagt das Patent auch noch, ich muss was bringen, was einfacher ist, wie das, was bisher war. So, und da geht es problemlos. Natürlich, mache ich ja. Aber die Industrie will das ja nicht. Weil wenn das einfacher ist, dann ist es in der Regel so, dass man dafür nicht so viel Geld verlangen kann. Und das wollen sie ja gar nicht. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt den Kleber, da braucht man nur halb so viel und der ist doppelt so gut. Und jetzt biete ich das der Vertriebsfirma an, dem Vertriebsleiter. Der fällt tot um. Wenn ich sage, damit könnt ihr euren Absatz im Jahr halbieren. Die Waschmaschine entwickelt, auch Patent erteilt. Die geht mit Vibration. Das ist eigentlich nur eine flache Wanne ohne Motor. Nur mit Vibration. Patent erteilt, ist auf Messen vorgestellt worden. Also mein Prototyp. Und die Industrie hat mir gesagt, ja, das wäre schon eine gute Idee, wenn es ein Zusatz wäre zu einer normalen Waschmaschine. Also ein Rucksack auf der normalen Waschmaschine draufstehend. Dann hätten sie es gekauft. Aber da das Ding die Waschmaschine ersetzt hätte, wollen sie es nicht haben. So logisch. Und so kann ich eigentlich bloß viele Sachen verkaufen, wenn es denen ihr Produktpalette ergänzt, damit die nicht in den Absatz reduzieren müssen. Was auch geht, das sind Produkte, die ich verbessere. Also mit einem Zusatz nutzen. Verbessert wollen sie es natürlich nicht haben, aber mit einem Zusatz nutzen. Was nachhaltig ist, da habe ich auch ein Beispiel, wie der Patent erteilt, ein Verpackungsmaterial. Da sind kleine Löcher auf der Seite. Das kann ich, wenn Sie das jetzt grillen, als Paket, dann brauchen Sie es nicht wegschmeißen. Dann können Sie es einrollen, da geht die Luft raus. Und können Sie es mit dem kleinsten Volumen stapeln und wiederverwenden. Und wenn Sie es verwenden, geht es sofort wieder auf und hat eine echte Dämpfung. Nicht so wie Styropor oder es hat keine Dämpfung. Dadurch braucht man große Kisten, wenn man mit Styropor arbeitet und so. Und hier kann man kleiner arbeiten. Aber jetzt kommt es. Patent erteilt, dann habe ich das den großen Verpackungsindustrien. Und die kleinen natürlich auch. Aber von den großen habe ich drei fast gleichlautende Briefe gekriegt. So ein Dreizeiler. Das passt nicht in unser Programm. Die haben sich auch abgesprochen. Das kann man aufgrund des Briefs der Gleichzeitigkeit, könnte nachweisen, dass die sich abgesprochen haben. Also wiederverwendbar wollen die nicht. Also ich kann das Verpackungsmaterial im Müll schmeißen. Dabei hat das so riesige Vorteile. Jetzt kommen riesige Rollen, also auf kleinstem Volumen, mit LKW transportieren und eben wiederverwenden. Aber es ist nicht gewollt. Das ist auch ein großes Problem, wie wenn das auch gezielt so gemacht ist. Ich warte oft auf die Patent erteilung bis zu acht Jahren. Sechs Jahre ist ganz normal oft. Jetzt muss ich aber jedes Jahr Jahresgebühren zahlen für das Patent. Und wenn ich am Anfang einer Firma Idee anbiete, und es ist noch nicht als Patent erteilt, dann sagen die Firmen mir, ja, sie haben ja noch gar kein Patent. Sie kriegen vielleicht gar kein Patent. Wenn ich aber dann nach sechs oder acht Jahren zu der Firma gehe und das anbiete, dann sagen sie, jetzt haben sie schon sechs und acht Jahre, haben sie es noch nicht verkauft. Das kann ja nichts taugen. Also das sind die Probleme auf dem erfinderischen Sektor. Unser Repair-Café hier in Fürstenfeldbruck wird von dem Verein Spring TV getragen. Das ist ein Verein hier, der sich um straffällig gewordene Jugendliche kümmert. Wir haben im Herbst uns überlegt, was könnte man noch machen. Wir haben Räumlichkeiten zur Verfügung, die für verschiedene Dinge auch verwendet werden. Und da haben wir uns gedacht, da könnte man ein Repair-Café einrichten. Wir haben dann uns überlegt, wie machen wir es am besten. Wir haben verschiedene andere Repair-Cafés in München, auch in Gärmering besucht, haben uns da ein bisschen informiert, haben uns auch aus Holland diese ganzen Informationen geholt, die man da eben auch kriegen kann. Und einmal im Monat haben wir immer auch, erster Samstag im Monat, wie gesagt, und zwar 13 bis 16 Uhr. Und das läuft alles in der Geschäftsstelle von Spreng-Defaida-Hobststraße Nummer 1 im Hinterhof. Wie gesagt, es läuft sehr erfolgreich. Inzwischen sind ca. 180 Leute bei uns gewesen, Besucher, die sich selber informieren wollen, hauptsächlich Leute, die kaputte Sachen eben haben, das repariert haben wollen, sich selber nicht helfen können. Sei es, es fehlt an Wissen, es fehlt an Werkzeugen, es fehlt einfach an Know-how, an Platz. Ja, es gibt dann inzwischen vier Stationen, mit denen verschiedene Sachen repariert werden können. Es ist eine Elektrostation, PC-Station, eine Nähstation und eine Holz- bzw. wo man alle möglichen Klebearbeiten und sonstiges eben tun kann, machen kann. Die haben wir eingerichtet, die stehen zur Verfügung. Unsere Reparateure haben wir über eine kurze Anzeige einfach im Amperkurier bekommen. Das war eine kurze Anzeige und wir haben ein überwältigendes Echo gleich gehabt. Das waren sehr viele Anrufe da von ganz begeisterten Leuten, hauptsächlich auch Senioren, die einfach schon aus dem Beruf draußen sind, viel Zeit haben und noch so viel Power, die wollten einfach nicht nur zu Hause sitzen, die wollten sich einbringen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Sache, vor allem wir kriegen auch ganz viele Anrufe und einfach jeder noch die Idee und die Durchführung. Und ich muss sagen, es macht uns auch selber viel Spaß, auch wenn es viel Arbeit ist.